Heute gibt ein Mann einen ganzen Tag lang den Ton an. Am Michael Jackson Day auf ProSieben Planet Earth, with all my heart, I love you. And I just wanted to say I love him so much. There's only one. Der King of Pop. His music will live forever. So mitreißend, so privat wie nie zuvor. Can't beat it, der Michael Jackson Day auf ProSieben. Mit der Free-TV-Premiere This Is It. Heute ab 20.15 Uhr. Mit dem Tod von Michael Jackson brach für Simone S. eine Welt zusammen. Als es dann von heute auf morgen nicht mehr war, ist was weggebrochen. Um die alleinerziehende Mutter aus ihrer Trauer zu erlösen, opfern ihre vier Kinder alles. Dass sie sowas für mich machen, hätte ich nicht gedacht. Damit sie endgültig Abschied nehmen kann von ihrem Idol. We are family. Gleich ProSieben.